Hallo liebe Freunde der Zeithagsstrategie, da bin ich wieder Nils Gajowi. Nach der Angst, nach der Ungeduld, nach der Fokussierung möchte ich mich heute einer vierten psychologischen Falle zuwenden, nämlich dem Drang nach Perfektion. Wer kennt das nicht? Man sucht den optimalen Bewertungsprozess, den optimalen Auswahlprozess, man sucht die ultimative Kennzahl. Das macht an manchen Dingen im Leben ja auch Sinn. Wenn ich einen Ingenieur einstellen würde für einen Brückenbau, dann würde ich niemanden einstellen, der mir schon beim Bewerbungsgespräch offeriert, dass von den zehn Brücken, die er bisher gebaut hat, drei schon wieder zusammengefallen sind und nur noch sieben stehen. An der Stelle macht es tatsächlich Sinn, auf hundertprozentiger Perfektion zu bestehen. Trotzdem ist man nicht davor gefeit, dass solche Dinge wie ein Berliner Flughafen dabei rauskommen. Nun, Tatort Börse, da sieht es anders aus. Da wollen wir immer den hundertprozentigen Tipp, da wollen wir die Aktie, die nie fällt. Wir wollen die Firma, die nie pleite geht, deren Gewinne ununterbrochen wachsen, die Dividenden ununterbrochen angehoben werden. Pausenlos soll es boomen, prosperieren, das Unternehmen, das wir kaufen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir bei 11.000 Unternehmen, die es an den amerikanischen Börsen in etwa gibt, dass wir da tatsächlich dieses eine Unternehmen finden? Dieses Beste, dieses am schnellsten wachsende, dieses mit der größten Dividende oder Dividendensteigerungsrate. Und überhaupt, was ist denn das beste Unternehmen? Haben wir da alle die gleichen Kriterien oder ist das Beste nicht auch abhängig davon, was ich selbst für gut erachte? Abhängig von meiner finanziellen Situation, meiner Lebenssituation, den Zielen, die ich beim Investieren habe, dem Depot, das ich schon habe oder eben auch noch nicht habe. Das sind alles Fragen, die man sich stellen muss, klar. Aber man sollte darüber nicht eines vergessen, dass die größte Falle, in die man hier tapsen kann. Das ist die sogenannte, ich nenne sie mal so, Analyseparalyse. Also Menschen, und da kenne ich einige von, die mir immer wieder schreiben, sie haben noch dies oder sie haben noch das gefunden oder vielleicht noch die Kennzahl oder was halte ich denn von dem Autor oder oder oder, aber die noch nie eine Aktie gekauft haben, weil sie sich einfach nicht dazu durchringen können, irgendwann einen Strich unter die Analyse zu ziehen und zu sagen, das ist jetzt gut genug. Es ist nicht perfekt, aber es reicht aus, um eine Entscheidung zu treffen. Und genau das ist der Punkt, wo sich viele dann praktisch selbst auf den Füßen stehen und nie zu einer Entscheidung kommen. Börse ist nicht monokausal. Börse ist nicht Brückenbau oder Ingenieurtechnik. Börse ist stochastisch. Das einzelne Investitionsergebnis unterliegt mehr oder weniger zufälligen Einflüssen. Das muss man ganz klar zugeben. Und wir werden nie von vornherein sagen können, was bei einem Investment rauskommt. Wir können sagen, wenn wir 100 Investitionen machen nach bestimmten Kriterien, dass wir dann mit großer Wahrscheinlichkeit Geld verdienen werden, wenn die Kriterien Sinn machen. Aber ob das das Optimum an Geld ist, was wir verdienen könnten, das wissen wir nicht. Und wir wissen auch nicht, ob die Aktie darunter ist, die nun der absolute Überflieger wird. Und jetzt mal die ehrliche Frage, muss das tatsächlich sein? Müssen wir uns tot analysieren? Was passiert denn eigentlich mit dem Unternehmen selbst, wenn ich die beste Analyse darüber schreibe, wenn ich alle Kennzahlen auseinandergenommen habe? Es passiert gar nichts. Dem Unternehmen ist es sowas von egal, wie gut meine Analyse ist. Deswegen habe ich für mich entschieden, eine Analyse muss hinreichend gut sein, aber sie muss nicht perfekt sein. Sie muss mir einen statistischen Vorteil geben, aber sie muss nicht die allerwissenschaftlichste Analyse im Weltall sein, die es zu irgendeiner Firma gibt. Ich habe selbst auf meiner Webseite immer noch alte Unternehmensanalysen stehen aus meinen frühen Jahren von Firmen, die es in meinem Depot gar nicht mehr gibt. Warum? Weil sie die Dividende gestrichen haben. Firmen wie Navios Maritim Partners, ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Oder CTC Media, längst von den Kurszetteln verschwunden. Lin Energy, längst pleite gegangen und ein, zwei, dreimal umfirmiert. Fifth Street Finance, ein BDC, auch irgendwann die Dividende gestrichen und hat sich dann selbst verkauft. Atlantic Power, eine Firma, die ich auch irgendwann mal ganz toll fand, die ich heute auch mit der Zange nicht mehr anfassen würde. All diese Analysen habe ich gemacht, die Firmen habe ich besessen, habe damit Geld verloren und ich weiß heute, was ich falsch gemacht habe. Also sind es Analysen, aus denen ich etwas gelernt habe. Solche Fehler werden mir hoffentlich bei den nächsten Analysen eben nicht mehr passieren. Aber man sollte zu seinen eigenen nicht perfekten Ansätzen durchaus auch stehen, seine eigenen Fehler sich unter die Lupe nehmen und daraus dann einfach lernen. Was ich also mit auf den Weg geben kann zum Kampf gegen die Perfektion oder zum Kampf gegen das Suchen nach dem Optimum, dem Optimalen, ist ganz einfach. Erstens, es reicht aus, gut zu sein. Man muss nicht der Beste sein, denn wir sind keine Fondsmanager, die sich an irgendwelchen Benchmarks messen müssen und immer sagen müssen, ich habe das besser gemacht als Max Otto oder Warren Buffett. Wenn ich warten würde, bis ich so gut bin wie Warren Buffett oder besser als Warren Buffett, dann hätte ich wahrscheinlich bis heute noch keine einzige Aktie gekauft, denn so gut wie der bin ich nicht und werde es wahrscheinlich auch nie werden. Zweiter Tipp, ein hinreichend guter Auswahl- und Analyseprozess, der es mir ermöglicht, auch eine Entscheidung zu treffen, ist besser als ein perfekter Analyseprozess, mit dem ich nie fertig werde. Denn das Leben geht ja weiter und was eben optimal war, ist im nächsten Moment schon nicht mehr optimal. Dritter Tipp, einfach mal kaufen. Man kauft dann eben, man platziert eine Wette wie im Casino, mit kleinem Einsatz viele Wetten platzieren, dann hat man den ganzen Abend lang Spaß. Wenn man allerdings mit großem Einsatz eine einzige Wette platziert und dann auf Hop oder Flop setzt, dann ist man ganz schnell wieder raus aus dem Casino. Also einfach auch mal den Mut haben, mit einer 80 oder 90 Prozent perfekten Analyse in ein Unternehmen einzusteigen. Die Quintessenz hat Charlie Munger wieder mal formuliert. Der hat gesagt, wir, und da meint er Warren Buffett und sich, wir bemühen uns einfach, rational zu sein. Wir wollen nicht brillant sein. An der Börse kann es gefährlich sein, brillant zu sein. Also, passen wir auf unser Geld auf, seien wir rational und nicht brillant. In diesem Sinne freue mich auf eure Kommentare. Tschüss, euer Nils Gajowi.